Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Nuttke. Heute der Prostituiertenwitz 15. Der 15. Tag. Der 15. ist ein Notenwitz. Habt ihr mir alle gesinnt. Hallo, grüßt euch zum Witz von Nuttke. Heute Prostituiertenwitz 15. Und zwar ist er von Peter Jürgen und grüße gehen von Ihnen an Jens Heißen Rolf in Nürnberg. Und er hat mir die Witz über E-Mail geschickt. Könnt ihr auch. Da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. So, der Prostituiertenwitz 15. Der geht so. Wie nennt man eine Prostituierte im Gefängnis? Eine Tati-Tuierte. Eine Tati-Tuierte. Wie nennt man eine Prostituierte im Gefängnis? Eine Tati-Tuierte. Und Erklärung. Wortsätzlich zusammen aus Tattoo und Prostituierte. Tattooierte. Weil im Gefängnis haben fast alle ein Tattoo, die da drin sind. Und deswegen Tattoo und Prostituierte sind Männer und Frauen, die gegen Geld mit anderen Leuten Sex haben. Und im Gefängnis heißt es eine Prostituierte, eine Tattoo-Tuierte. Haha. Okay. So kann man wieder abonnieren.